Hallo, mein Name ist Nermi und das ist mein Haus. Mein Haus ist weiß und braun. Mein Haus ist sehr schön. Mein Haus hat zwei Stücke und ich lebe hier mit Bergerat und wir werden sehen. Hallo, vier Tage, Freunde. Das ist das Wohnzimmer, die ist sofort rot mit weiß. Das ist das Esszimmer, der Tisch mit der Stühle. Das ist die Kühe, der Herr und der Kuhnack. Das ist das Schlafzimmer von meiner Schwester und das ist mein Schlafzimmer. Das sind die Wetten und die Verzeichen. Das ist das Schlafzimmer von meiner Mutter und meinem Vater. Das ist das Bett, die Lampe und die Verzeichen. Das ist das Bad, die Badewalle, die Toilette und das Balschbecken. Vielen Dank, meine Freunde. Das ist alles und ich gebären Sie Ihre Kommentare und tschüss.